Und damit ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play Minecraft Video B's Light. So, ich hoffe mal meine Festplatte hält noch, denn die ist schon ganz schön voll. So, ich hoffe, dass das funktioniert. Wenn nicht, wird die Folge auf jeden Fall etwas kürzer. Das sage ich jetzt schon mal gleich im Voraus. Ja, wir wollen aber jetzt hier keine Zeit verlieren und Solar Parmels produzieren ohne Ende. Und dafür brauchen wir natürlich hier Generatoren ohne Ende, Iron Furnace oder Ofen ohne Ende. Haben wir denn noch irgendwie Öfen? Das heißt, wir bräuchten ja erstmal hier Recycler, nehmen wir mal das raus, Recycler. Wie sieht denn hier oben aus? Also, naja, gut. Wird sowieso gleich wieder nachproduziert hier, der ganze Spaß. Das ist egal, so, da haben wir jetzt genügend Pflastersteine ohne Ende. Damit bekommen wir erstmal schön 64 Öfen. Oder auch nicht. Ja, 32 oder reichend. Na komm, wir machen einen Stack. Wir machen Stackweise, wenn schon, denn schon. Also, nach dem Motto, zack, zack und zack. Jetzt fehlen mir zwei Euro auch noch, ey. Toll. So, zwei noch davon und dann haben wir unsere Öfen. So, 64 Öfen schon mal, ne? So, dann brauchen wir auf jeden Fall noch ganz, ganz viele von diesen Electronics. So, jetzt ganz, ganz viel Kohle. Kohle müssen wir uns erstmal schmelzen. Das nutzt nichts. Können wir natürlich vielleicht noch eine Kiste da oben hin machen, ne? Weil, wenn ich da hinten noch eine Kiste... Stimmt, ich könnte mir bei der... Bei diesem Tesseract noch eine Kiste hin machen. Das wäre auf jeden Fall auch noch eine Möglichkeit. Lala, hier die Kohle rein. Das funktioniert dann schon. So, wir können auf jeden Fall nochmal eine Runde pennen gehen, damit wir nochmal ein bisschen mehr Zusatzenergie haben. So, was wir auf jeden Fall in der Folge noch machen müssen, ist, dass wir diese Solarzellen auf jeden Fall weg machen. Beziehungsweise hier diese Uraniumzellen, dass die auch noch verarbeitet werden. Das wäre auf jeden Fall auch eine ganz coole Sache. So, und dann müssen wir mal schauen. 64 Öfen hätten wir jetzt erstmal. Ich brauche erstmal Generatoren ohne Ende. Das heißt, ich brauche ganz viel Refined Iron. Das heißt, das muss auch erstmal durchgeschmolzen werden. Der ganze Spaß hier. Das heißt, ich bräuchte ja dann... Um ehrlich zu sein, sogar relativ viel, ne? Das sind 8 Stacks bräuchte ich, ne? So, das heißt, 4 Stacks hätten wir hier. 1, 2, 3, 4. Das heißt, der ganze Spaß muss durchgeschmolzen werden. Dann wünsche ich dir schon mal viel Spaß, Maschinerie. Schmelzt das mal durch hier, den Spaß. Okay. Dann, was brauchen wir denn noch? Wir brauchen ja den Generator, da brauchen wir die RE-Batterie, ne? So, da brauchen wir hier eine RE-Batterie. Das heißt, wir brauchen ganz, ganz viel RE- und RE-Batterie. Das heißt, wir brauchen ganz viel Whetstone. Das heißt, wir brauchen ja den gesamten Stack, also 2 Stacks Whetstone, sowie 2 Stacks Zinn. Ne? Das ist ja erstmal... Das ist zu schaffen, denke ich. So, dann brauchen wir Zinn natürlich auch noch, ne? Nämlich so schön an die Seite ran gepappt. Zack. Und dann brauchen wir... Was brauchen wir noch? Kupferkabel, ne? Natürlich. So, aber da mit Kupfer sah es, glaube ich, relativ schlecht aus. Hatte ich ja so schon meine Probleme gehabt, teilweise. Wobei man es vielleicht mit etwas Glück kriegt. Man kriegt da noch ein paar Kabel raus. Na, so, zack. Naja, 54 ist jetzt nicht so die Welt eigentlich. Aber ich muss mal gucken, ob ich vielleicht nochmal irgendwo ein bisschen Kupfer aufgetrieben bekomme. Mit etwas Glück liegt hier noch irgendwo ein bisschen Kupfer rum in den ganzen Saves. Und mit etwas Pech eben nicht. Und ich glaube, wir haben Pech. Naja, wobei, es geht schon eigentlich. Na gut, ich brauche auf jeden Fall hier nochmal ein bisschen Wabber. Ich muss mal gucken, ob die Maschinerie dann funktioniert. Und hier ist schon wieder so ein fucking Enderman. Mann. Die geht mir richtig auf die Nüsse. Diese Endermans. So, okay. Wabber. Zack. Jetzt fehlt mir aber hier dieser Spaß halt, ne? Das ist halt nicht so schön. Kann ich aber auch nicht anders herstellen wie ein Kupfer. Und ich muss ja auch vor allem warten. Wie kann man Kupfer irgendwie anders herstellen noch? Kupfer Inget. Ne, kann man gar nicht herstellen anders. Ähm, außer über Juju Matter. Wahrscheinlich kann ich das darüber ein bisschen herstellen. Dann kann ich gleich nochmal gucken. Ja gut. Ja, Festplatten mäßig dürfte es noch laufen. Ja, gut, das läuft noch. Okay. Kupfer Uhr. Ähm, wie hieß das nochmal? Juju Matter, genau. So, muss ich mal gucken, wie das Rezept ist. Davon so, zack, 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 zack. Schnell mal runterscrollen. Wo ist das Rezept? Müssen wir da mal wirklich mal so eine Rezeptliste oder sowas machen? Soll ich das? Ähm, wo ist das denn jetzt? Jetzt finde ich das nicht. Golderz, Eisenerz, Kohle, Whetstone, Lapslazuli, Diamant, Coverdust. Gut, das geht es aber eigentlich noch relativ gut herzustellen mit diesem Juju Matter. So, zack. So, das war jetzt hier schön Kupferstaub. So, und den müssen wir halt jetzt ganz einfach nochmal schmelzen. Gehen wir auch gleich nochmal in die Schmelzerei rein. So, gehen wir das hier auch mal rein, alles, zack, rein damit. Okay, hier geht das Eisen gerade noch raus, ein Stück weit. Ja, lalalala, komm Kupfer, komm her hier. Gib mir das Kupfer. So, hier zehn Stück, das reicht. Mehr brauchen wir nicht. Ich gebe mich ja schon mit relativ wenig zufrieden und irgendwo war jetzt in diesen ganzen Dingern. Irgendwo das war, genau, hier war das war, okay, gut, so, zack. Okay, so, jetzt können wir ganz, ganz viele tausende von RE-Batterien herstellen. Die wir natürlich auch benötigen werden. So, zack. Okay, so, dann brauchen wir, ja, den Ofen hatten wir ja, we find Ivan. Ja, jetzt ist natürlich der Ofen natürlich zu langsam. Das ist natürlich wiederum die andere Geschichte, ne. Jetzt bräuchten wir natürlich noch einen zweiten Ofen. Wobei das ja eigentlich so gar nicht so die schlechteste Idee wäre. Komm, wir gucken nochmal nach so, wie heißt das nochmal, Electric Firnese. Electric Firnese. So, das heißt, wir bräuchten so einen, so einen verbesserten, wie hießen der nochmal? Wie war, wie hieß der dort oben nochmal, das Ding? Machen wir nochmal gucken. Induction Firnese, okay, gut. Muss mal gucken, ob ich den schnell komplett herstellen kann, irgendwie. Aber bis dahin ist das Zeug bestimmt eh wieder durchgeschmolzen. Und da brauche ich sowieso Electric Firnese. Oh, da brauche ich wieder Kupferengit. Wie war denn der Electric Firnese? Das ist ja wohl bestimmt mit dem einfachen Dingens, ne. Mit dem einfachen Electronic Circuit. Ai, Aiwin Firnese und so weiter. Okay, vielleicht haben wir da noch irgendwie irgendwas davon da. Ich wage das aber fast so gut. Oh, wir haben hier noch zwei. Hier haben wir noch Electronic Circuits. Ja, gut, das sieht dann gar nicht so verkehrt aus. Dann sind wir gar nicht so weit davon entfernt. Ähm, na ja. Zack. Ähm, so, zack, 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 zack. Aiwin Firnese, lalalala, hammer. Dann haben wir das. Das, das. Und das. Dann haben wir den hier schon mal. So, was brauchen wir dann noch? Und den Advanced, Advanced Machine Block. Hätten wir da vielleicht noch einen da, wenn man mit etwas Glück. Nee, haben wir nicht da. Aber so schwer wird dann gar nicht sein. Maschinenblock. Ähm, Carbon Platte. Und was war das andere? Das haben wir sogar alles hier da. Noch. Ha. Siehste, sag ich doch. Das geht doch. Das geht doch runter wie Butter. Zack, 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 zack. Maschinenblock. So, wunderbar. So, dann brauchen wir hier. Was hat man noch gehabt? Dafür. Warte mal. Das war doch da hier. War das gewesen, ne. Dann war das hier so eine Platte, da drüben. So wie das hier oben. Dann haben wir das. Dann können wir unseren Electric Firnese nehmen. Dann haben wir hier unsere Kupfer. Und dann können wir das schön drumherum ummanteln. Und dann haben wir unseren Induction Firnese schon wieder. Also unseren zweiten mittlerweile. Ja, teilweise, weil es halt vielleicht doch ein bisschen zu langsam geht. Ähm, ich will mal gucken. Wo war denn da unser Glasfaserkabel? Hier war Glasfaserkabel. Dann brauchen wir noch einen Hebel. Okay, das haben wir auch. Und dann haben wir hier der Glasfaserkabelhebel. Gucken wir mal, wie das läuft. Hier müssen wir das anschließen. Sehr wahrscheinlich. Und dann haben wir hier unseren Induction Firnese. Der müsste hier angeschlossen werden. Der bekommt hier seinen Hebel. Das auch dauerhaft an ist. Ist er an? Jo, der ist er an. Das ist okay. So, damit das hier auch noch ein bisschen schneller geht teilweise. Dann haben wir hier hinten auch noch ein Induction Firnese stehen. Das passt schon. So, dann kann man das hier ganz schnell mal durchschmelzen noch. Ähm, zack. Äh, nee, das Steak nicht. Das Steak eher weniger. Oh, dann können wir das hier schon mal wieder zurückgeben. Und dann müssen wir mal ganz schnell suchen hier nach. Ähm, was haben wir, was brauchen wir denn? Ach ja, wir brauchten das Refined Iron, brauchten wir. Genau, das brauchten wir ja in Massen. Sozusagen. Oh, da kommen so die ersten Eisenbahnen schon durch meine Turtle, äh, beziehungsweise Turtle, durch meine Query. So, dann brauchen wir hier ganz viel Eisen. Ganz viel Refined Iron. So, dann brauchen wir hier das Eisen. Das brauchen wir gerade nicht mehr. Sondern das kann erstmal weg. Das können wir hier erstmal wieder mit dazugeben. Und dann können wir hier unten mal ein bisschen was werkeln. Zack, 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 zack. So, zack, zack. Kommt das hier, wird das hier irgendwie weitergeleitet? Nee, okay. Gut, jetzt ist immer so das Problem bei nebeneinander bestehenden Maschinen, dass das vielleicht weitergeleitet werden könnte. 44 Maschinenblöcke haben wir aktuell. Refined Iron. Legen wir hier wieder was rein. So, jetzt. Der kommt aber, der hat noch nicht so die Hitze halt. Nehmen wir mal den einen Stack weg. Und geben ihn mal hier noch mit dazu. Muss mich jetzt hier ein bisschen weilen. Weil, das ist ein Kampf gegen meine Festplatte, sagen wir jetzt mal so. Ah, meine Festplatte sagt, ja, mach lieber schnell gleich mal Pause hier. Ne, da kann ich nämlich jetzt gar nicht mehr allzu viel aufnehmen. So, der hat hier auf jeden Fall sein Zwecks. So, ich hoffe, dass ich das hier, dass ich das noch in der Folge hinbekomme. Wenn nicht, muss ich es halt in der nächsten machen. So, wir brauchen auf jeden Fall noch hier Refined Iron ohne Ende. Ohne Ende, ohne Ende. So, wenn wir jetzt die Öfen hätten wir hier, dann könnten wir hier den Maschinenblock machen. Dann hätten wir hier das. Und dann können wir hier schon mal das setzen. Okay, dann hätten wir das schon mal. Dann hätten wir das schon mal. Und was hätten wir noch? Ah, da fehlt uns jetzt das Refined Iron halt. Er hat halt noch nicht genügend Hitze. Er macht das halt noch nicht so schnell genug. Das ist halt ein bisschen das Problem. Okay, so. Zack. So, Generator. La, 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 la. We find Iwin. Noch ein bisschen was. Nicht mehr viel. Ähm, ja, hier unten ist noch wie find Iwin. Okay, dann machen wir hier das noch. Dann haben wir noch mal vier Blöcke dazubekommen. Ah, scheiße. 56. Das sind nicht genügend. Wie sieht das hier unten aus? Generator, genau. Electronic Circuit. Kann man schon mal hier reingeben. Aber wir brauchen sowieso noch den ganzen anderen Mist. Nämlich hier Kohlenstaub und so weiter und so fort. Ne, das heißt, das haben wir. Das heißt, wir brauchen noch Glas. Das bräuchten wir auch noch. Das müsste somit auch noch durchgeschmolzen werden. Hier Gläsand zum Beispiel. Das muss auch noch durchgeschmolzen werden. Nehme ich hier mit der Kiste. Und, ähm, ja. Das werden wir aber wahrscheinlich nicht mehr in dieser Folge hinbekommen. Denke ich fast nicht mehr. Ähm, hier hat man noch ein bisschen Glas. Was macht denn die Kiste hier eigentlich? Nichts weiter. Ah, gut. Jetzt mittlerweile ist es durchgeschmolzen. Kann man auch mal den Sand noch mit hier durchschmolzen lassen. Und, ja. Dann sieht es doch schon mal ganz gut aus. Okay. So, wie sieht es aus? Wie find I1 hier unten noch rein. Dann haben wir hier den Maschinenblock. Nochmal fünf mehr. Dann haben wir hier das hier. Das. Und das. Okay. Da haben wir nochmal fünf Generatoren auf jeden Fall. Ja, wir werden auf jeden Fall abwarten. Wir werden da 64 Stacks auf jeden Fall mit rausnehmen. Glas haben wir jetzt hier auf jeden Fall nochmal ein bisschen mehr. Zack. Wie sieht es hier hinten aus mit dem Glas? Okay. Gut. So, und bevor meine Festplatte sagt, sie beendet die ganze Aufnahme, werde ich mal die Folge mal eine Minute eher beenden. Ich bedanke mich für das Einschalten. Lass ein Feedback da. Bis zum nächsten Mal. Ciao.